Ich denke, da kann man auch herausfinden, wenn jemand Musik macht, dann geht es auf Media drinnen und sagt, ich habe zwar Musik. Ja, aber es schaut keinen Ausblick. Das war's 2.0. Gonna gucken. Was I red? No, no. Was I red? No, no. Was I red? Well, she started on now. Ja, probieren wir mal. Da weiß ich, wo ihr seht, war ganz schön, wie ich sagen, süße, also der ist großgereift mit 18 Grad, vor der Hälfte, war auch sehr gut zu heben. Ich glaube, der Südmierer ist auf der Nebel östet. Ja, ich bin der erste. Rotwein, äh, 2 Liter. Ja, bitte. Ja, das habe ich 16 Monate Parikos gebaut. Okay. Eine Geschichte, da war dann eigentlich, die wirklich ausgeschaut. So eine Geschichte, dass ich da jetzt einen Rotsparrik ausbaue und da einfach den Vorteil, also wirklich von 2 Liter schöne Weichfahrerfahrt, wenn ich das auch was. Ja. Und der Fasche ist aber weitergereift. Das ist natürlich der Naturvater. Ja. Ja. Ja, das ist wirklich offenbar. Brauch Total HOORPER. Bis zum nächsten Mal.